Mein Name ist Nicole Bucher, ich bin 51, ich bin Case Managerin und Beraterin im Gesundheitsmanagement. Ich habe Morbus Crohn seit 39 Jahren. Es geht mir heute sehr gut. Ich habe seit zwei Jahren eine sehr gute Phase. Ich geniesse eigentlich jeden Tag, als es mir so gut geht. Ich bekam meine Diagnose mit zwölf Jahren, mitten in der Pubertät. Ich wechselte in die Oberstufe. In dieser Zeit ging es mir extrem schlecht. Niemand wusste genau, wieso Jugendliche in diesem Alter die Diagnose bekommen. Ich fühlte mich ziemlich alleine, weil ich absolut niemanden kenne, der das hatte. Das war für mich eine ziemlich schwierige Situation, gerade nach der Diagnose. Die ersten zehn Jahre nach der Diagnose waren absolute Horror. Ich war extrem viel im Spital, wochenlang, monatelang. Ich hatte zum Teil in der Schule im Spital, weil es in den Säcken nicht gegangen ist. Ich wäre sonst gar nicht mehr nachgekommen. Ich konnte die Bezirksschule auch nicht wechseln, weil ich so viel gefehlt habe. Ich wollte auch Kinderkrankenschwester lernen. Das war leider aufgrund meiner physischen Konstitution gar nicht möglich. Und so habe ich dann das KV gemacht. Eigentlich ein Beruf, den ich gar nie wollte. Ich habe mich eigentlich durch die drei Jahre durchgequält. Und hatte absolut keinen Spass an diesem Job. Mit 23 bin ich dann das erste Mal operiert worden. Und dann hatte ich sieben wundervolle Jahre. Ich habe dann meinen jetzigen Partner kennengelernt. Und dann hat das wieder ein bisschen angefangen mit Schüben. Und war immer wieder einmal im Spital. Und so die letzten fünf Jahre habe ich zweimal innerhalb von einem Jahr einen Armverschluss gehabt. Wieder eine Operation. Dann hatte ich Probleme mit den Nieren. Und jetzt ist das durch und seit zwei Jahren geht es mir super. Das Reisen bedeutet mir extrem viel. Weil bis zu meiner ersten Operation bin ich nie im Ausland gewesen. Ich habe mich absolut nicht getraut, irgendwie wegzugehen. Weil das Thema Chrondurchfall, Ernährung war ein sehr riesiges Thema gewesen. Und wo es mir dann wirklich so gut ging, war das das erste auf meiner To-Do-Liste. Viele Leute haben dann gefragt, Ja, jetzt hast du ja einen Partner. Man sieht es aus mit Heiraten, Familie. Und dann musste ich sagen, Nein, also jetzt komme ich. Und jetzt kommt mein Leben. Und ja, dann haben wir angefangen zu reisen. Und das ist bis heute so. Wir sind jedes Jahr mindestens zweimal unterwegs. Und ja, ich möchte das gerne noch weitermachen. Also wenn wir so einen Reisen planen, dann habe ich natürlich immer ein Schreiben dabei von meinem Gastroenterologe auf Englisch auch, je nachdem, wo wir hin gehen. Ich bin wirklich abgedeckt mit Medikamenten. Also sprich Cortison, Antibiotika, vor allem auch Imodium. Ich nehme eigentlich alles mit. Eine halbe Apotheke habe ich dabei. Ich habe natürlich immer Ersatzwäsche dabei. Das gehört auch dazu. Aber sonst eigentlich, im Grossen und Ganzen, unterscheidet es sich nicht viel anders, als bei meinem Partner, der jetzt keine Morbus Kron hat oder CED hat. Ja, es ist eigentlich jedes Mal, wenn wir in die Ferien gehen, bin ich ziemlich nervös, weil ich eigentlich immer hoffe, dass es mir gut geht im Zeitpunkt, wo wir auch gehen. Wenn es dann so weit ist, dass wir dann abfahren wollen und ich Durchfall habe oder alles, dann müssen wir eigentlich unsere ganze Planung schon einmal umstellen. Wir gehen ja eigentlich zu 80% mit dem Motorrad in die Ferien. Und somit ist es nicht ganz einfach, wenn man eben auch diesen Durchfall hat. oder zu viel mit meinen Rückenschmerzen, die ich auch noch habe. Und wenn ich dann schon weiss, ich habe schon Durchfall, ich habe schon Rückenweh, dann werde ich nur nervöser, weil dann weiss ich, das, was wir geplant haben, schaffen wir vielleicht nicht. Aber im Grossen und Ganzen denke ich mir doch, wir gehen einfach und wir sowieso unsere Pläne immer nach mir richten. Manchmal fahren wir etwas länger und an einem anderen Tag dann vielleicht einmal weniger oder wir bleiben sogar einmal an einem gleichen Ort. Dadurch, dass wir nie gross im Vornherein buchen, sind wir extrem flexibel unterwegs. Ja, ich hatte diese Zeit mit den Nierenproblemen, die ich hatte. Dort musste ich extrem viel in einem halben Jahr Antibiotika nehmen. Und wir sind schon in die Ferien gegangen, indem ich Antibiotika genommen habe. So ging es mir nicht gut. Wir wollten eigentlich auf Slowenien und mussten dann nach zwei Tagen in Italien kehren, weil es mir so schlecht gegangen ist, dass ich kaum auf dem Dorf sitzen konnte. Und dort wäre ich schon froh gewesen, wenn ich von Anfang an gesagt hätte, wir gehen nicht. Ich habe einen Partner, mit dem ich schon seit 27 Jahren zusammen bin. Er hat schon extrem viele Hürden mit mir erleben und durchgehen müssen. Und ich glaube, er hat extremes Verständnis für meine Situation. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Situationen, wenn wir eben irgendwo sind und es geht mir nicht gut. Oder ich kann auch wieder sagen, ich habe einen Rücken, ich schaffe es einfach nicht mehr, wieder auf dem Dorf zu sitzen. Dann merke ich ihm manchmal auch ein bisschen an, dass es ihn angeurkt. Oder dass er im Moment vielleicht auch mal verrückt ist. Oder er auch schon gesagt hat, ich gehe das nächste Mal vielleicht wieder mal alleine. Oder wir gehen nicht mehr in die Ferien so lange. Also so zwei Wochen ist immer das Maximum. Und er sagt dann viele, ich glaube, vielleicht müssen wir jetzt unsere Reisen manchmal auf eine Woche beschränken. Und dann merke ich ihm manchmal schon ein bisschen, dass er gefrustet ist. Dass er sich schon wieder an mir anpassen muss. Grundsätzlich weiss er ja schon, dass ich eigentlich doch viel mache, für das, dass ich diese Erkrankung habe. Weil ich glaube, es gibt nicht unbedingt so viele, die 80% mit dem Dorf unterwegs sind. Ja, wir sind auf Norwegen gegangen, drei Wochen an das Nordkap. Die drei Wochen auf dem Dorf, das war das längste, was ich je gemacht habe. Und in der Regel halte ich das maximal vielleicht so zwei Wochen aus. Und es war auch in dieser Zeit extrem kalt. Es hat extrem viel geregnet. Und dort bin ich wirklich an meine Grenze gekommen. Und am Nordkap angekommen, war ein stockdicker Nebel. Wir haben irgendwie keine zwei Meter gesehen. Aber es war trotzdem schön, dort oben einmal auch das zu sehen. Und dann auch zu wissen, ich habe es geschafft. Aber nach diesen drei Wochen habe ich mich zu Hause, glaube ich, etwa ein halbes Jahr von dem erholen müssen. Eben, für mich ist die Reise extrem wichtig. Und ein Tipp für die anderen ist für mich einfach, machen es einfach. Gehen. Überall, auch in anderen Ländern hat es Ärzte. Man kann zwar gut vorbereitet sein, aber es kann ja immer etwas passieren. Es gibt sicher Länder, wo ich jetzt nicht unbedingt hinzugehen würde, weil vielleicht auch von der Hygiene her oder vom Essen her jetzt nicht gerade dem entspricht, was ich persönlich brauche. aber mir geht es immer gut, wenn ich in die Ferien gehe. Also vor allem auch, wenn es jetzt körperlich vielleicht einmal nicht ganz optimal ist. Rein für meine Psyche tut mir das extrem gut. Und jedes Mal, wenn ich auf dem Töff sitze und wir gehen Richtung Norwegen oder Richtung Südtirol, wo auch unsere Lieblingsdestinationen sind, und wir sind in diesen Bergen und alles, das gibt mir so viel Kraft. Und ich glaube, man muss es einfach mal ausprobieren, sich gut vorbereiten, vielleicht auch mit dem Arzt zusammen, dass man auch die entsprechenden Medikamente dabei hat. Vielleicht ein bisschen schauen, was man isst. Aber ich würde es jedem empfehlen, unbedingt das einmal zu probieren. Also ich arbeite 80 Prozent und meine Freizeit ist dadurch ein bisschen begrenzt. Also ich arbeite nicht 100. Ich habe einen Tag, wo ich bewusst für mich auch darf brauchen, damit ich eben zum Beispiel Sport, Sport ist mir extrem wichtig. ich bewege mich dreimal in der Woche, gehe Velofahren, ich habe seit zwei Jahren ein E-Bike, ich liebe mein E-Bike, ich gehe immer alleine fahren. Ich habe zu Hause ein Spinning, ich habe ein Trampolin, ich habe meine Yogamatte und dreimal in der Woche Sport, das muss einfach sein, das braucht Platz. Aber was man doch halt sagen muss, ist, dass ein Wochenende für mich eigentlich immer bedeutet, einen Tag machen wir etwas, wir gehen auch mal abends fort und so, und einen Tag brauche ich für mich, um mich zu erholen, um runterfahren zu können und um Energie zu tanken zu können, weil sonst arbeite ich am Ende nicht wieder in die neue Woche zu starten. Ich würde mir für die Zukunft wünschen, also für mich selbst einmal, dass es mir so gut geht, wie es mir jetzt geht. Ich bin absolut happy in der momentanen Situation, wie es mir geht. Aber ich glaube, für die jungen Erwachsenen oder vor allem für die Kinder würde ich mir das wünschen, dass man vielleicht die Erkrankung sogar irgendwann heilen könnte oder einfach wirklich ein Medi gibt, das für alle passt. Und ja, dass den Jungen einfach der Weg ein bisschen einfacher gegeben wird, wie wir damals vor vielen, vielen Jahren. Ja, ich musste durchmachen.